Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3, Drake's Deception. Und jetzt wollen wir weitermachen. Die erstmal über den Haufen schießen und dann zum Symbol gehen. Also los. Fickt euch doch. Was denn hier? Was bricht denn hier aus, ey? Heilige Scheiße. Das war jetzt ganz clever. So, dann bin ich wieder zurück. Guckt her, ihr. Xa! Jawoll! Stirb! 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 Fuck, 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 fuck! Ja, wo seid ihr denn? Sully! Ach, da oben ist Sully. Wo sind die anderen Mixer jetzt? Ist hier einer? Ne, auf der Ebene ist doch da. Da ist einer. Der Wolf. So. Wen schießt du denn? Ach, von da. Gut. Ach, ich muss da... Okay, da oben komme ich nicht dran. Okay. Hätte ich mir noch denken können. Hallo? Drecksack. Was soll da? Mist. Mach doch mal irgendwas. Ach, ey. Du bist auch so ein Experte. Ja. Zeig mal. Zeig mal. Komm, zeig dir ein Köpfchen. Ah, der reicht auch niemals. Das könnte jetzt unklug sein. Komm. Stirb. Stirb doch. Du bist mir jetzt ganz doll auf den Sack. dringend. So. So. Jetzt gehen wir mal weiter. Äh. Wo ich hier? Irgendwie nein. Hier ist anscheinend keiner mehr. Okay, doch. Da ist mir ein Grenade auf jeden Fall schon mal. Ich mir auf jeden Fall nehmen werde. Wo ist denn hier einer noch? Von denen? Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal runter. Genau zuvor jetzt. So langsam. Da ist noch einer. Komm her. Zeig dich. Zeig dich doch. Komm. Genau. Hauptsache jetzt angreifen. Oh, ja. Oh, hier hinterher ist noch. So, ich dachte schon, hinter mir steht einer. Komm her. Genau. Der kommt hier angesprintet wie ein altes Dreckschweine. Die sterben, Mann. Komm. Komm. Komm hier hoch. Schadenschützen im Turm, okay. Was bringen wir da? Ach, geh mal. Nehmen wir doch mal die erstmal. Okay, ja gut. Machen wir das doch. Gut. Wenn das jetzt alles war. Anscheinend. Jawohl. Hoch, hoch, hoch. Ja, gib Gummi. Schlaf nicht ein, Nathan, Mann. Ja, ich bin immer okay. Ja, aber auch. Du bist doch so doof, Nathan, ey. Hm. Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn noch. Mach doch auf, da. Nein, ach, geht nicht. Hä? Hä? Nee, dann. Sag, ja. Du Drecksack. Nein. Scheiße. Geben Sie sie mir. Scheiße. Scheiße. Gut. Scheiße. Das Tagebuch. Nein. Gib ihm sie mir. Gib ihn nicht, ey. Was hat er denn so... Was hat er denn im Hals geschossen da? Trau niemals, Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Nein, nein, nein. Scheiße, Mann. Er ist weg. Was zur Hölle? Wie kann man denn weg sein? Bist du okay? Charlie? Was zur Hölle? Schaut euch das an. Oh Mann. Was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch war. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Hier. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Ich muss mich los. Hau bloß ab. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Haar los. Charlie, hör zu... Hey, alles ist... Hau ab! Ha! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwo hin mit. Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja? Oh nein, der Boden schmilzt. Warum schmilzt er der Boden? Können nicht bleiben, weiter. Wie? Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur, ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstaat des Magiers. Ohne sein Tagebuch haben wir nicht weiter. Ich will nachdenken. Okay. Hermetisch. Die griechischen Herren ist was Säule heißen. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charlie's. Du hörst. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen schwarz und weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Kann ja nur die sein, ne. Der Mittelweg. Was ist das? Sally, hilf mir hier mal. Da ist doch. Die wurde aber schon einmal verschoben. So wie es aussieht. Na los, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, schon gut, Charlie, komm schon. Okay. Wo sind wir hier? Kapitel 9, der Mittelweg. Yay. Hier geht vor. Ich helfe Charlie. Alles klar. Aber, 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 los, komm, alles gut. Geh durch. Wohin bringst du mich hin? Einfach hier durch, okay? Wieso machst du das? Keine Sorge, Mann. Fass mich nicht an! Alles okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Charlie. Okay, geht durch. Warte. Geht weiter. Ich mach das. Komm, Kumpel, gleich geschafft. Oh, da ist ein Spinnennetz. Halt, halt, halt. Ich weiß nicht, mein Gott. Aber, aber, oh Gott, ich kann nicht atmen. Scheiße, oh Gott, ich kann nicht atmen. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Scheiße, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Gut, hast du geschafft, Junge. Wo müssen wir hin? Oh, nein, nein. Charlie, los, komm schon. Nur noch ein. Lasst mich! Ich hab dir gar nichts getan. Ich will dich nicht schlagen, Charlie. Ich hab dir nichts getan. Mann! Auf! Lass es, ey! Ich will dir nicht. Komm. Ich kämpfe nicht mit dir, Beruf. Lass es, Charlie, Mann. Ich kämpfe nicht mit dir. Okay, lass uns darüber reden. Ich bin Snape. Ach, lass es doch. Jetzt ist aber langsam gut hier. Es ist nicht mehr langsam lustig. Ich will dir nicht dich. Ich will dich nicht schlagen, Charlie. Ich kämpfe nicht mit dir. Ja, komm. Lass es doch. Lass es! Charlie, du erwürgst Nate. Okay, du musst zuhören. Du? Erwürgst Nate. Charlie! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Komm. Komm, wie geht's gut? Komm, Michelle. Komm, wie geht's gut? Komm, wie geht's gut? Nate. 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 Stay too late. Wie geht's gut? Wir sind quitt. Warte mal. Wolltest du... Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund. Ja. Wow. Auf ein neues. Ich geh zuerst. Shit. Folgt mir. Dann gehen wir mal. Na, 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 noch dreh ich dir nicht den Rücken zu. Nach dir. Puh. Oh, toll. Und dann hältst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauch Zigarre mit Winston Churchill. Hey, seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Sieht nachher ein Rätsel aus. War er nicht? Oh. Hiermit kann ich irgendwas machen? Das Ding müsste sich drehen lassen, oder? Das ist mehr als immer. Mein Notizbuch. Was? Der macht da aber nix. Andere Seite vielleicht? Ja, irgendwo muss Wasser herkommen. Aber wo? Hier eine große Kugel macht nix. Hm. Kann ich hier irgendwie hoch? Ja? Ich kann... Hier kann ich hoch. Nein, da kann ich nicht hoch. Okay. Wo ist eine Treppe? Charlie, wo bist du? Ich seh dich nicht. Charlie? Wo hast du dich verkrümmelt? Ach, hier ist ein Schatz. Nehmen wir doch mit. Wo hast du dich denn verkrümmelt? Das ist doch keine Treppe. Kann ja nur die da oben ein. Ach hier. Dann nehmen wir die doch. Dieть- Die ist doch da oben, was? Vielen Dank.